Ich heiße Christina Hain. Ich bin seit sieben Jahren im Vertrieb und seit einem Jahr bei der Raiffeisentechnik Haas. Ich freue mich, Fendt verkaufen zu dürfen. Die Zukunft liegt ganz eindeutig in der Digitalisierung. Man kommt dort nicht mehr herum. Mein Name ist Colin Blood. Ich bin ein Grupp-Sales-Manager und Fendt-Specialist für ein Dealer in Zentralen England. Das eine, die Fendt-Philosophie mit Fendt hat, ist die Simplicität. Also, any job-tasks you want to do, whether you want to alter the armrest or any functionality, it's a drag-and-click. That's the beauty of Fendt, is the simplicity of it. It's the integration of all the functions of the tractor, all in one screen. Mein Name ist Michael Teiler. Ich bin seit 22 Jahren bei der Faiwark und kümmere mich um das Precision Farming. Die große Herausforderung für unsere Kunden bei Smart Farming ist einfach, was Smart Farming eigentlich schon aussagt, dass es einfach sein soll. Fendt-One geht genau in diese Richtung. Fendt-One ist die nahtlose Verbindung zwischen Büro und Schlepper und diese Plattform ermöglicht, ortsunabhängig zu arbeiten und Stammdaten auch von zu Hause anzulegen. Bei Fendt-One ist die Bedienung im Schlepper und im Büro identisch, sodass ich ganz einfach arbeiten kann. Da kann man wirklich nichts falsch machen. Fendt-One ist das System, das uns in der Zukunft vieles erleichtern wird. Wenn man sich einmal an Fendt-One gewöhnt hat, ist es sicherlich nicht mehr wegzudenken.